Die Seeschlacht von Tscheschme ereignete sich zwischen dem 5. Juli und dem 7. Juli 1770 in der Nähe der osmanischen Hafenstadt Tscheschme. Sie war ein Teil der Orlov-Revolte in Griechenland, einem Vorläufer der späteren griechischen Revolution, und die erste aus einer Reihe von siegreichen russischen Seeschlachten gegen das Osmanische Reich, Vorgeschichte. Der 5. Russisch-Türkische Krieg begann im Jahr 1768 und Russland entsandte mehrere Ostseeschwadronen ins Mittelmeer, um die osmanische Aufmerksamkeit von der sich noch im Aufbau befindenden neuen Schwarzmeerflotte abzulenken, die erst aus sechs Kriegsschiffen bestand. Zwei russische Schwadronen, angeführt vom Admiral Grigori Spiridau und dem britischen Berater Admiral John Elphinstone, vereinigten sich unter dem Oberbefehl des Grafen Alexey Orlov und begannen, nach der türkischen Flotte zu suchen, Verlauf. Am 5. Juli 1770 fanden die Russen die osmanische Flotte vor Anker nördlich der Tscheschme-Bucht in der westlichen Türkei. Auch wenn nicht alle Details über die türkische Flotte bekannt sind, beinhaltete sie in etwa 14 bis 16 Linienschiffe. Darunter Real Mustafa mit 84 Kanonen, Rodos mit 60 Kanonen sowie ein 100-Kanonen-Flaggschiff. Zusätzlich bestand sie aus etwa sechs Fregatten, sechs Scheebecken, 13 Galeren und 32 kleineren Schiffen mit einer Gesamtfeuerkraft von 1300 Kanonen. Zehn Linienschiffe mit je 70 bis 100 Kanonen der vor Anker liegenden türkischen Flotte bildeten die türkische Hauptreihe. Sechs andere bildeten die zweite Reihe, wobei die Reihen so organisiert waren, dass die hinteren Schiffe durch die Räume zwischen den Schiffen vorderer Reihe feuern konnten. Dahinter befanden sich die Fregatten, die Scheebecken und so weiter, die Flotte wurden von Kapudan-Pascha-Hosameden befehligt. Nachdem ein Angriffsplan zusammengestellt worden war, segelte die russische kampffreie Richtung südlicher Seite der türkischen Hauptreihe. Drehte nach Norden und eröffnete im Vorbeifahren direkt vor den Türken die Schlacht. Anfangs hatten die Russen Probleme, die Formation zu halten, doch mit zunehmender Schlachtdauer gelang es ihnen besser. Die beiden Schiffe St. Justafius und Real Mustafa wurden in einen direkten Kampf miteinander verwickelt, bis das türkische Schiff Feuer fing. Sein brennender Mast stürzte auf St. Justafius, das ebenfalls Feuer fing. Kurz darauf explodierte Real Mustafa, Georgi Spiridau und der Bruder des anderen Kommandierenden Graf Fyodor Orlov konnten St. Justafius rechtzeitig verlassen. Am 6. Juli beschossen die Russen den ganzen Tag türkische Schiffe und Ziele an Land. Und am nächsten Tag sandte Orlov Samuel Gray mit sieben Schiffen in einer Linienformation gegen die Türken. Bald darauf brannten drei türkische Schiffe, deren Feuer sich schnell auf die gesamte türkische Flotte ausbreitete. Bis sie vollständig abbrannte und versankt, der Kampf endete in der Nacht auf den 8. Juli. Die russischen Verluste waren, abgesehen von der Besatzung des untergegangenen St. Justafius, minimal. Die Verluste der Türken waren bedeutend höher. Rosa Medin Pasha, Hassan Pasha und Jaffa bei Überlebten. Der erste wurde als Konsequenz der Niederlage von seinem Posten enthoben. Bedeutung Die Seeschlacht von Tschechmer wurde gleichzeitig mit der Schlacht von Lagar ausgetragen. Sie wurde zur größten osmanischen Niederlage auf See seit der Schlacht von Lepanto im Jahr 1571. Die Schlacht förderte in Russland das Vertrauen in die Flotte und sicherte den Russen die Kontrolle in der Ägäis. Im Osmanischen Reich inspirierte die Vernichtung der Flotte viele Minderheiten zu Aufständen. Katharina die Große befahl den Bau von vier Monumenten, um den Sieg zu ehren. Den Chesma-Palast und die Chesmska-Kirche in St. Petersburg, den Obelisk in Gacina und die Chesma-Säule in Zasko-Jeselo. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde zu Ehren der Schlacht eine Kosakensiedlung östlich des Ural benannt. Das heutige Region-Verwaltungszentrum Chesma in der Oblast Chelyabinsk. Den Namen Chesma trugen ab 1770 außerdem sieben verschiedene Schiffe der kaiserlich-russischen Marine. Zuletzt das frühere Linienschiff Poltewe ab 1916 Trivia. Der in Neapel lebende deutsche Künstler Jakob Philipp Hackert erhielt den Auftrag, für die Zarin-Gemälde der Ereignisse zu malen. Das Werk, in dem ein türkisches Schiff brennend explodiert, wurde wegen seiner unrichtigen Darstellung kritisiert. Da Hackert noch nie ein explodierendes Schiff gesehen hatte, wurde vor Luano, wo gerade die russische Flotte ankerte, eine Fregatte ausgewählt. Mit Pulver beladen und in die Luft gejagt, Johann Wolfgang Goethe beschrieb dieses Ereignis in seiner Biografie über Hackert und kommentierte, zuverlässig das teuerste und kostbarste Modell, was je einem Künstler gedient hat, indem man den Wert der noch nutzbaren Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zech jenen schätzte. Goethe beschrieb ausgiebig die Werke Hackerts und die Geschichte der Entstehung. Die Werke befinden sich noch heute im Schloss Peterhof. Im niederen Großteich Bernsdorf nördlich von Dresden ließ Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen mehrfach die Seeschlacht nachstellen. Er hatte Orlov 1775 in seiner Residenz in Dresden empfangen und sich fasziniert von dessen Schilderungen der Geschehnisse bei Tscheschme gezeigt. In der Folge ließ der Kurfürst eine ganze Küstenlandschaft inklusive Miniatur Dardanellen und einem Hafen mit dem Leuchtturm Moritzburg errichten.